Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Tisch bei mir. Heute mache ich einen kleinen Napfkuchen mit Schokoladenstückchen. Es ist die perfekte Größe für uns, eine 16er Google-Hopfform. Und die Zutaten sind 125 Gramm Mehl, 2 Eier, 100 Gramm Butter, 80 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 2 gestrichene Teelöffel Backpulver, 1 Esslöffel Milch plus 1 Teelöffel Vanillepaste. Wenn ihr keine Vanillepaste habt, dann nehmt ihr einfach Vanillezucker. Dann habe ich 50 Gramm Schokotröpfchen und 65 Gramm Kuvertüre und da werde ich dann noch einen Teelöffel Öl dazu tun. Das waren die Zutaten und jetzt fangen wir an. Ich mache mir immer so ein Backtrennmittel selber zu Hause. Das benutze ich dann für meine Backform, wenn ich Kuchen backe. Ihr könnt selbstverständlich nochmal Butter benutzen und es dann mit Mehl ein bisschen bestreuen. Wenn ihr mal Interesse habt und mal sehen möchtet, wie ich das Backtrennmittel mache, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. So, die Backform ist jetzt fertig und jetzt fange ich mit dem Teig an. Als erstes nehme ich die Butter und rühre sie geschmeidig. Ich hatte die eh schon rausgeholt, die ist in Zimmertemperatur. Jetzt kommt der Zucker. Die Prise Salz. Und die Vanillepaste dazu. Wenn ihr keine Vanillepaste habt, dann nehmt ihr einfach Vanillezucker. Zu der Butter-Zuckermasse werde ich jetzt jedes Ei einzeln so circa 20 Sekunden einrühren. Das Backpulver habe ich jetzt mit dem Mehl vermischt und siebe es in die Butter-Masse. Das wird jetzt zusammen mit dem einen Esslöffel Milch. Der Teig ist soweit fertig. Jetzt kommen nur noch die Schokotröpfchen dazu. Und die werden noch ganz kurz untergerührt. So, der Kuchenteig ist jetzt fertig und kann in die Backform. Der Kuchen ist jetzt fertig für den Backofen. Den Backofen hatte ich ja vorher schon vorgeheizt auf 160 Grad Umluft. Und da kommt er jetzt für circa 40 bis 50 Minuten rein. Zum Schluss werde ich euch noch sagen, wie lange der Kuchen genau im Backofen war. So, der Kuchen ist jetzt aus dem Backofen raus. Und ich habe ihn schon 10 Minuten abkühlen lassen. Er war ganz genau 40 Minuten im Backofen. Und wie ihr sehen könnt, ist er auch an den Seiten richtig gut zu sehen, dass das Backtrennmittel richtig gut funktioniert. Ich werde ihn jetzt mal stürzen und dann werde ich ihn noch komplett abkühlen lassen. Bevor ich die Kuvertüre auf den Kuchen streiche. Der Kuchen ist jetzt vollkommen, also die Glasur ist auch vollkommen ausgekühlt. Und jetzt möchte ich den Kuchen mal anschneiden. Der Kuchen ist super lecker geworden und hat für uns die perfekte Größe. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Probiert es unbedingt mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.